Ich würde das mal auspacken hier, das wäre freundlich. Gefällt man. Allerherzlichen Glückwunsch zu dem seltenen Fest, ne? Ja, ich bin der Bürgermeister, mein Name ist Friedrich. Nein, 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 so wichtig bin ich nicht. So wichtig bin ich nicht. Ja, da habe ich hier noch ein paar Blumen. Ein Weinspräsent. Oh, danke, Herr. Ja, da hat sich ein Papier dran, ne? Dankeschön. Und du? Das ist Kirsten, unsere Enkelin. Und du bist bei Oma und Opa heute, ne? Ja, wir wohnen zusammen. Ja? Ja, schön. Wir haben eine große Wohnung. Ich stelle Ihnen das hier mal hin, ja? Ja. So, ach, die wohnen hier zusammen. So, und das gebe ich noch mal dem Sohn. So, und dann habe ich noch zwei Urkunden hier, das heißt eigentlich drei. Eine ist nicht ganz so wichtig, oder zweite nicht ganz so wichtig, die ist vom Innenminister und vom Regionspräsidenten, aber eine ist wichtig, die ist vom Bürgermeister. Ich lese Ihnen die mal vor. Ja. Wir fangen mal ganz oben an. Zum seltenen Fest der Diamanten in Hochzeit spreche ich dem Ehepaar Margit und Friedrich Feldmann aus Springe. Meine herzlichen Glückwünsche aus Hannover, 23. April. Den die deutsche Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius. Oh, also das ist die eine, der Herr Pistorius, der Innenminister. Ja. Und dann die zweite, zur Diamanten in Hochzeit übermitteltem Ehepaar Margit und Friedrich Feldmann aus Springe. Meine herzlichen Glückwünsche im Namen der Region Hannover. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen, fröhlichen Verlauf Ihres Ehrentages, für die Zukunft Glück und Zufriedenheit, vor allem aber gesundheitliches Wohlbefinden. Hannover, 23. April. Hauke Jahrgau, Regionspräsident. Und jetzt kommt die wichtigste. Ja. Ich lese Ihnen auch vor. Sehr geehrte Frau Feldmann, sehr geehrter Herr Feldmann, zu Ihrer Diamanten in Hochzeit, die Sie heute feiern können, möchten wir Ihnen im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Springe herzliche Glückwünsche übermitteln. Wir wünschen Ihnen einen harmonischen Verlauf Ihres Ehrentages und noch viele glückliche, ungetrübte gemeinsame Jahre mit freundlichen Grüßen. Sprinkmann, Bürgermeister, Ortsbürgermeister Friedrich, das bin ich. Darum ist das so wichtig. Wenn ich war reich, dann können Sie meinen Sohn geben. Ja? So. So, setzen Sie sich hin, bitte schön. Ja. So, das können wir in die Hand gehen. Die haben die natürlich nur. Kirsten, bringst du das mal ins die Küche Kaffee? Ah, nicht, nur ein Tasse Kaffee. Oder ein bisschen Sekt, wenn man weiß, ich nicht, wenn Sie... In den Klasstern. Ja, lieber alles da. Ein Bierchen? Nein, ein Kaffee. Nein, 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 nein. Okay, machen wir ein Kaffee. Bierchen nicht. Kirsten, nimmst du das hier mit rein? So. Ja, geht das so? Ja, auch, ich will das hier mal hin. Einfach so rumbrunst. Ne? So. So, hier haben wir einen schönen Ausblick hier, ne? Also wunderschön, ne? Wann sind Sie nach Springe gezogen? Vor zwei Jahren. Ach, vor zwei Jahren, ja. Ich hatte es in der Zeitung gelesen, gestern, den Bericht. Also, ja. In der NBZ war ja der. Und Sie waren vorher in Hannover oder wo? Nein, in Bremerhaven. Ach, Bremerhaven. Und wie kommen Sie dann nach...